Moin Leute, Trimax hier. Kurzes Infovideo. Viele hatten gefragt, ob ich die Call of Duty Infinite Warfare Beta, Closed Beta spielen werde. Und ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich bin richtig gehypt für Infinite Warfare, auch wenn es so viele Dislikes hat auf vielen Videos. Ich bin mir aber sicher, dass der Multiplayer trotzdem geil wird und das Gun Feeling auf jeden Fall auch nice sein wird. Am 14.10. wird die Beta beginnen für die PS4. Es ist aber eine Closed Beta, wie ich schon erwähnt hatte und ihr müsst das Spiel irgendwie vorbestellen und dann bekommt ihr eine Mail und ihr müsst euch bei einer bestimmten Seite euren Code bestätigen. Das packe ich in die Videobeschreibung, da seht ihr dann sofort. Danach, irgendwann später, wird die Beta auf der Xbox rauskommen und ob das auf dem PC rauskommt, ist unbekannt. Wahrscheinlich wird es keine Beta-Version auf dem PC geben. Aber wenn ihr Call of Duty Infinite Warfare bei der Closed Beta mitmachen wollt, ganz, ganz viele machen es so, ich kann euch da nur einen Tipp geben, ich möchte hier für nichts haften, bestellt euch das Ding bei Amazon vor, dann bekommt ihr die Mail mit dem Code, könnt die Beta mitzocken, danach storniert ihr das Ganze wieder, bekommt euer Geld zurück und dann habt ihr die Beta sozusagen kostenlos mitgespielt. Das machen extremst viele so, ich weiß nicht, ob es strafbar ist, ich selber mache es nicht, ich bestelle mir das Spiel ja eh, das nur so als kleiner Tipp und ich packe mal die ganzen Links, wo ihr das Ding auf Amazon bestellen könnt, auch in die Beschreibung. Okay, das war es soweit, nur ein kurzes Video, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen und wir sehen uns dann in der Call of Duty Infinite Warfare Beta.